Diese schreckliche Tat hier mitten in der Altstadt von Münster hat mich zutiefst erschrocken, entsetzt, beunruhigt. Der Täter, der heute nach drei hier in eine Menschenmenge willkürlich reingerast ist, ist nach jetzigem Stand der Ermittlungen, aber das ist wirklich sehr früh, ein deutscher Staatsbürger gewesen und nicht wie überall schon wieder behauptet wird, ein Flüchtling oder Ähnliches. Die Details werden jetzt genau untersucht und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, was war der Hintergrund. Es spricht im Moment nichts dafür, dass es irgendeinen islamistischen Hintergrund gibt, aber es muss abgewartet werden, es wird nach allen Seiten ermittelt.